Das ist der Weltmeister im sogenannten Flying Bartending. Kein anderer mixt Cocktails so spektakulär wie Levent Yilmaz. Zur Geburtstagsfahrt hat man sich den türkischen Tom Cruise an Bord geholt. Er vermittelt im Workshop das kleine ABC des Shakeens und Shake-Kerns. Okay, jetzt machen wir ein bisschen Praktis. Das ist unser A. Sehr gut, links und rechts fallen lassen und Körper bewegen. Sehr schön. Okay, let's go. Ein, zwei, drei. Vor dem Genuss eines Cocktails steht echte Knochenarbeit. Denn obwohl es sich um leere Übungsflaschen handelt, tun einem die Knochen nach kürzester Zeit verdammt weh. Also ich denke nicht, dass es besonders elegant aussah. Und wenn man das jahrelang trainiert, dann hat man wahrscheinlich auch gleich noch das Grinsen drauf, was die Sache toll macht. Ich denke, wir vier sahen alle wahrscheinlich eher verkrampft aus. Aber Spaß gemacht hast du natürlich trotzdem. Eine Million Gäste und 160 Häfen in zehn Jahren. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.